Hallo ihr Lieben, heute stellen wir euch mal vor, intelligente Knete, dieses Mal lila Phantom, ja, es ist wieder BPA frei, original ist das, da seht ihr nochmal BPA, ähm, original, ja und jetzt mal die Hinterseite, und jetzt machen wir die mal auf, so sieht sie von innen aus, hier ist noch so etwas Kleines dabei, so ein, na wie nennt sich denn das, ähm, UV-Taschenlärmchen, das machen wir mal gleich auf, so, so sieht das dann aus, ja, und wenn man dann die intelligente Knete, die sieht so aus, glänzt auch ganz schön, ist auch weicher als die andere, hat auch eine andere Farbe, und zwar diese weiße Farbe, mit grünem Glitzer, kommt mir jetzt vor, so wie hier, vielleicht seht ihr es, vielleicht aber auch nicht, wenn man die jetzt da hinlegt, und mal flach drückt, ich zeig's euch mal, kann man jetzt da mal die Taschenlampe nehmen, und dann kann man zum Beispiel hier so, 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 ja, dann kann man schon ein Gesicht formen, und dann leuchtet sie sogar mal im Dunkeln, meine Assistentin schaltet mal kurz das Licht bitte aus, das dauert ein bisschen, dauert, 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 ähm, wo kommt denn das Licht hier hin, hierher, so, seht ihr's vielleicht, hier läuft es sich, ja genau, hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier vielleicht, sie siehst, ja, ja, okay, und, jetzt zeig ich euch das nochmal im Dunkeln, so, kann man auch drauf schreiben, mein Herzchen zum Beispiel, seht ihr's, das ist ganz cool, ja, und, ja, wenn ihr sehen wollt, wenn man das hier sieht, genau wie die Farbe hier ist, ich mach das nochmal schnell, hier ist genau die gleiche Farbe, falls ihr's erkennen könnt, ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, mit der Knete, gebt mir einen Daumen nach oben, und sagt mir, wenn ich ein, ein nächstes Produkt, vorstellen soll, und, vielleicht wollt ihr ja auch noch wieder, einen intelligenten, einen Kettenvergleich, oder, dass ich euch mal einfach, alle, die ich bis jetzt, von dem Hersteller hier habe, tschüss, gibt mir bitte einen Daumen nach oben, Tschüss.